Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming. So Leute, jetzt versuchen wir da hin, kann man noch ein Bild machen, Leute. Jetzt hoffe ich, dass wir das Bild noch machen können. Ohne zu gestört zu werden. Whose grave ist das? Don't ask questions. Another broken mirror. What did I say? Just keep digging. I will be back. You asked too many questions. Yes, sir. You are right. The captain hears the question you didn't ask. Who are you talking to, Mama? No one, sir. Stop digging. I said stop. Did something happen to a mirror? Did it? Did you break another mirror? No, sir. I did not. Maybe I did. No, I surely did not. Climb out of there. Get up. I didn't tell you to stop digging. But I... Killed another one? No, sir. I did not. Come down, both of you. It's for Octavo. The librarian. He's dead? He will be. We all die someday. Except for the captain. Shut up! Alter, was geht denn jetzt ab? Pfff. 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 die Last wieder die Ding fallen. Was ist denn das los? Immer alles kaputt geht gleich beim ersten Benutzung. Ist schon ab, normal. Bei der ersten Benutzung wird es so schön. Oh mein, wie da was? Im Inventar! So und jetzt können wir vielleicht durch die Tür durch. Das ist jetzt gut, dass wir durch die Tür jetzt durch können. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der Armut nicht findet. Da hier patrouilliert oder so Leute? So müssen wir jetzt wieder ruhig sein. Ruhig sein. Oh. Okay, das ist schon wieder aufpassen. Aha! Okay! Oh. 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 So, jetzt informieren wir uns lieber nochmal, bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Bin ich mal richtig gespannt, Leute, es wird jetzt richtig spannend, glaube ich, ein bisschen, und ich hoffe, haben wir bräuchten echt ne Karte oder so? So, jetzt schauen wir uns, wie immer, erst die Kamera, die spinnt ein bisschen. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Der Geist des Labs ist knifflig, es braucht ein Eye-Scan, aber nicht mit unserer Sight. Der Giant könnte es öffnen, wäre er so Persuadet, aber zu fragen ihn aus, würde es eher ill-fated sein. Vielleicht können wir ihn durchführen, indem wir ihn durchführen, indem wir ihn denken, es ist eine Aufgabe, er muss zu machen. Die Frau schlägt die Daten, die ihr findet. Die Audio von der Frau kann dann werden, zu einem einfachen Wettbewerb, nur seine Sprache. Wenn er es wieder aufhören, er wird nicht eine Wahl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aha, da oben ist was, ok Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Thank you, sir We now can confirm what I have been fearing This giant was born with exceptional hearing The girl must walk slowly when he is around Or he will most surely pick up on the sound Okay, thank you Okay, thank you Okay, thank you I got a lot of problems Are you ready? If you are ready You can see Come see I get plenty I get plenty What are you going to do Alter Schwede, was? Oh Mann, ein Fehler gemacht. Oh Mann, was ich hier? Oh Mann, was ich hier? Es ist sehr lange, dass man die DNA über 1000 Jahre über 200 Jahre alt. Und, das ist ein sehr dänster Wissen. Das ist ein Schiff. alter schwede es wird richtig schwer glaube ich aber ich glaube wir versuchen mal da danach da nach oben zu kommen und dann gucken wir einfach weiter alter schwedes wasser 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 ist Es ist DER. Es ist nicht. Es ist nur Tissue, die schlecht. Eine der Refrigeration Units hat nicht gearbeitet. Ein Meer, Bro? Nein, hör auf mich. Ein Tissue hat Dekomponiert. Das ist alles. Es passiert. Wir wollen hier sein. Wir wollen hier sein. Gehen wir nach draußen und etwas Prenzieren, okay? Both of you. Ich werde das machen. Oh, Mammoth! Stop! Was machen Sie? Das Filter ist nicht in den Pohnen. Es ist verbunden mit dem alten Cistern. Ja, Sir. Clim aus da. Es ist kalt. Ja, und voll von Bacteria, auch. Geh schnauern. Geh schnauern. Ja, Sir. Wo sind sie? Okay, dann. Wir wollen Sie nicht auf. Nein, Sir. We do not want to catch him. Aber was soll das uns bringen? Oh, Mann. Hoffentlich merken Sie die Bilder. Mal gucken, ob die Bilder gespeichert werden. Geh schnauern. Dann schnauern Sie. Das sind nichts, Sir. Geh nicht von uns, Mirrohr! Oh man, das ist heftig. Okay, müssen wir irgendwie, das eine Bild müssen wir irgendwie kriegen. Okay, go for a swim. 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 Okay. Okay, go for a swim. 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 Okay, go for a swim.